Ja, das denke ich doch. Aber das war auch vor der Saison nicht das Thema, dass wir nicht die Qualität haben, die Klasse zu halten. Wir haben ja gesagt, dass das ein hartes Stück Arbeit wird und dass das eine schwierige Saison wird. Aber ich habe ja gesagt, wir werden Punkt für Punkt, Step by Step an diesem Kader arbeiten und werden den nach unseren Möglichkeiten, nach dem Machbaren verbessern. Und das haben wir sicherlich mit der Verpflichtung von Ludovico Braniak wieder getan. Ich glaube, das habe ich ja immer gesagt, dass wenn wir etwas tun im Winter, muss es eine Verstärkung für uns sein, muss auch perspektivisch etwas für uns sein, wo wir mit arbeiten können. Sonst lassen wir das lieber. Und sieht man ja auch, dass wir das dann in der Form auch getan haben, dass das für uns natürlich ein weiterer Baustein ist. Und das ist schon eine wichtige Verpflichtung für uns. Aber wie gesagt, wird nicht von alleine fluchen.